Willkommen zu einem neuen Video Random Battlelands Challenge und wir dürfen nur legendäre benutzen also legendäre Waffen halt und natürlich auch die normalen Verband Kits und Schilder und die Hier in den Häusern hat es halt auch öfters mal legendäre Container. Gut, da wird hier scharf geschossen. Hm? Legendärer Container. Nice. Fuck. Fuck. Ah, schade. So, machen wir jetzt einfach noch eine Runde. Vielleicht finden wir jetzt am Anfang gleich mal eine legendäre Box. Das wäre zum Vorteil. Und danach mache ich dann auch am Schluss, wenn ich halt auch wieder nicht gescheit ist, wenn ich dann irgendwie eine gescheite legendäre finde. Also eine legendäre dann, wenn ich sie halt, wenn ich noch keine legendäre habe, wenn ich sie halt brauche, dann mache ich noch eine normale Runde. So, müssen wir gleich schon mal vor dem ersten abhauen. Okay, dann müssen wir das wieder aufhauen. Okay, dann müssen wir eine Lootbox zu bekommen. Wir müssen halt schon wieder wie die anderen sein. Ich hoffe halt nicht, dass da nicht... Ja, da ist halt keiner mehr. Das ist halt das Problem, das meistens der Hand. So, dann spielen wir jetzt noch eine normale Runde. Nachdem ich kein Glück hatte in den anderen Runden. Und jetzt ist wahrscheinlich, so wie ich das Spiel kenne, hier eine legendäre. Ah, ne. Und ich bekomme wahrscheinlich halt viel früher eine legendäre. Oder halb zu nem Zeit, wo ich sie damals gebraucht hätte. Ja. So, hier. Oh. Legendäre Sniper ist auch nice. Aber mit Sniper kann ich eigentlich gar nicht mal so gut spielen. Ich bleibe jetzt einfach hier und warte bis jemand vorbeikommt. Dann kann ich den snipen. Ich kann gar nicht mehr hier bleiben wegen der Zone. Von so einer gewunkar mit Sniper kann schon. Das ist immer noch weiß. Welt ü в Pacific Systeme ist ganz jung. Wenn viele Ange Vedrafen schliegen. Dann haben Sie nicht sechs Uhr. Und jetzt wird keiner droit. Jetzt martieren. Scherz jeden Mon theoretical, Schade. Schade. So, das war's von Video.